Moin liebe Seacross Community, herzlich willkommen zu unserem Projekttag Seacross Goes Wild. Wir gehen dahin, wo die Grafik stärker ist als 4K und ihr dürft gespannt sein, welches Projekt wir heute begleiten. Wir gucken hinter die Kulissen und nehmen euch einfach mal mit. Viel Spaß! Bitte links abbiegen in die Rosengaltenstraße. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, da sind wir wieder zu Hause. Ich hoffe, der Projekttag hat euch gefallen bei ProPatchyG, unserem neuen Partner bei uns auf den Kanälen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, jetzt einen Daumen nach oben dalassen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos hier bei uns auf dem YouTube-Kanal oder im Livestream bei Twitch. Haut rein. Alles Gute für euch. Bis dann. Ciao, ciao.